Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. Ja, herzlich willkommen zum VfR-TV. Ich darf begrüßen Mike Niebaugh. Hallo Mike, das Spiel ist vorbei, 1 zu 0 gewonnen. Der Torschütze steht auch noch bei mir. Was sagst du zum Spiel? Ja, ich denke, das war ein überragendes Spiel von der Mannschaft. Wir haben definitiv heute ein geiles Spiel gemacht. Wir haben kaum was zugelassen. Und ja, dann haben wir halt offensiv mit Nadelstichen die Bayern unter Druck gesetzt. Und irgendwann haben wir halt dann das Ding gemacht. Das Ding gemacht hast du gemacht durch dein Bruders Vorbereitung. Kannst du es kurz schildern mal? Ja, denn das hat überragend den Ball hier außen gewonnen. Vom Feldern? Genau. Und ich war in der Mitte, hab mir gedacht, jetzt laufe ich mit, weil da war alles offen. Und das hat mir so perfekt reinlegt. Ja, ich musste nicht mehr viel machen. Ist es das vielleicht, weil ihr auch Bruder seid und euch ein bisschen blind versteht? Ja, definitiv. Also kannst du sagen, 25 Grad haben wir ungefähr Frisursitz, geiles Spiel, Sieg, drei Punkte. So kannst du es unterschreiben, oder? Ja, unterschreibe ich. Perfekt, vielen Dank.